Früher war das eh nicht so. Oh, ich hab ein Loch gebaut. Wieso machst du das? Weiß ich nicht. Okay, und mit der Hacke kann ich... Das ist keine Schaufel. Ist das die Mega Schaufel, die alles gleich wegschaufelt? Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge auf dem Members of Dayserver. Ich bin Knorke. Und ich baue jetzt. Und der Sebo liegt im Bett. Er schaut Fußball und ich weiß nicht, wer spielt. Und ich weiß nicht, wie ich ihn das... Ah. Du sitzt so komisch da. Ha, warte, ich hab grad was geschafft. Ha. Ich hab das Holz in meiner Hand. Sie will nur von hinten gesehen werden. Deswegen... Okay, ich mach eine Wand. Das ist ja nicht so asozial. Also ich baue heute mein erstes Bauernhaus. Mhm. Und ich weiß jetzt schon, das wird nicht fertig. Du wolltest die Ecken doch mit Akazienholz machen. Du hättest mich nicht gleich am Anfang ein Haus bauen müssen. Ich lass es doch klein. Das dauert nicht lang. Das dauert nicht lang. Na gut, warte. Aber das kann ich besser, glaube ich. Nein, nein, nein. Darfst du? Ja. Okay. Das ist die Erde. Das ist schlecht für deine Werkzeuge. Ziemlich, ja. Weil ja die Spitzhacke Stein hacken kann, aber keine Erde. Ja, ist halt so. Unrealistisch. Früher war das eh nicht so. Oh, ich hab ein Loch gebaut. Ja, wieso machst du das? Weiß nicht. Okay, und mit der Hacke kann ich... Das ist eine Schaufel. Das ist keine Schaufel. Das ist eine Schaufel. Das ist die Megaschaufel, die alles gleich wegschaufelt. Ich hätte nicht mit diesem Werkzeug arbeiten lassen sollen. Oh, Eisen! Nein, lass es. Ist das Eisen? Ja. Geil, ich hab's erkannt. Okay. Jetzt arbeite ich mit dem Oakwood Plank. Mit dem Dark Oakwood Vengeance. Dark Oakwood. Und meine Pix-Eggs. Wie die immer sagt. Pix-Eggs? Pix-Eggs. Du musst es dann aber alles zusammenschneiden. Was schneide ich? Ja, vielleicht. Schau mal, Sonne. Oder diese Schnelligkeitssache. Dann hätte ich meinen Ton... Ja. Und was ist mit dem Loch? Bleibt es da jetzt? Ja. Schau, nimm einfach das. Jetzt muss ich wieder rum. Ja, oh mein Gott. Erzähl von deinem Tag. Mein Tag? Ich habe gerade mit Ines, mit Knorke, Entschuldigung, Torte gegessen. Ich mag anonym bleiben hier, bitte. Und... Sie hat meine Folgen geschaut und hat dann Lust auf Minecraft bekommen. Dann habe ich sie... Einmal habe ich wieder Folgen. Zwei... Ja, wirklich. Dann habe ich sie... Ja. Du kannst dich jetzt wieder übrigens hören. Okay? Hören. Oder auch nicht. Jetzt kannst du dich hören. Hörst du? Okay. Jedenfalls habe ich sie zwei, drei Runden auf Hive spielen lassen. Machen wir mal. Ich habe alle umgebracht und ich habe gewonnen. Genau. Wir haben es leider nicht aufgenommen. Einmal du mit Trouble in meinem Bild und sie hat sich voll kassiert. Mhm. Und dann da, wo ich ein Block bin und ich... Heiden Sieg. Ich habe einfach alle niedergemacht. Ja. Also nein, warte, ich war die ganze Zeit der Block. Vor allem als Heider. Ja. Okay, warte. Er macht dir mal... Nein, scheiße. So, scheiße. Stiegen? Ja. Ich bin völlig überfordert. Ich war gerade auf... Wo gehst du hin? Da musst du Stiegen machen. Ja. Hast du Stiegen? Oben Stiegen. Also warte, da brauche ich eine Workbench. Du musst du mal Stiegen kriegen. Ja, die hast du hinter dir. Achso. Okay. Warte, ich weiß sogar selbst wie es geht. Ja, na dann. Mit welchem? Mit dem? Ja. Das ist schon sehr komisch. Ha. Da brauchst du mehr als vier. Ja, so viele auch. Ja, okay, vielleicht doch. Doch fürs Dach und so. Das geht jetzt nicht die Folgesaison nicht da ist. Warum? Wir machen eine Special Edition Langfolge. Okay. Bin ich dabei. Vier? Warte. Jetzt gehe ich. Ha. Nur vier habe ich jetzt? Da hast du noch 20. Also. Wieso tust du es hier daneben hin? Ach, das sind... Klick, mach, mach, mach Doppel. Ja. Okay, und jetzt hierher. Schau, ich zeig dir einen Trick. Na. Einen kleinen Trick. Wenn du da jetzt... Äh... Da stiegen hast, und da stiegen hast, und da stiegen hast, und da stiegen hast, und da stiegen hast, dann machst du einen Doppelklick. Dann hast du alle beisammen. Ja. Okay, und wie lege ich die jetzt hier hinein? Das schaffe ich nämlich nicht. Wo hier landet wohl reinlegen? Einfach so. Nein. Ah, einfach auf... Normal. Okay. Einfach auf normal. Warte. Ich muss jetzt suchen, wo ich wieder gehen muss. Geht's? Äh... Geh mal auf das... Nein, jetzt habe ich sie. Geh mal auf das Stiegen. Du mal nur auf das Stiegen. Nix. Nein. Ach so. Ja? Ja. Ja. Wo hast du jetzt hindrückt? Auf sieben. Weil das der siebte Platz ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cool, okay. Also ich baue es. Es ist höchster Meter. Wie findest du meinen Shader? Wunderschön, das fragst du sicher alle. Hier soll ich jetzt Stiegen bauen? Oder hier auch hinauf irgendwo? Ja, jetzt müssen wir da mal Stiegen rein. Also wir müssen uns jetzt zuerst mal überlegen, wo der Eingang hinkommt. Ist ja wurscht, jetzt machen wir die Stiegen da rein. Nein, das muss wirken. Raum. Dimensionalisch. Hier kommen die Stiegen. Die Stutter muss den Keller machen runter. Ach so. Ich dachte wir bauen schon hinauf. Nicht. Okay, geht da. Nein. Das schaffst du schon. Ja, ja, ja. Okay, warum hat es nicht funktioniert? Weil du es da und musst es am Boden platzieren. Okay. Ja. Spring und macht Klick. Das macht keinen Spaß. Ha! Geschafft. Warte, ich geh rüber. Scheiße. Was? Na ja, läuft bei dir. Okay, ich habe gerade meine ersten Stiegen gebaut. Oh. Stimmt nicht. Eigentlich habe ich schon mal ein Haus gebaut und das ist richtig geil geworden. Und jetzt hast du da so Half Slaps in deinem Inventar, die tust du dann auf dem Boden legen. Okay, aber ich komme nicht raus, also ich muss das hier weg machen. Dann musst du das weg tun. Ist das Stein? Ja. Ist das jetzt so schwer oder was? Pick 6. Ah. Irgendwie schon. Okay. Wow. Die ist falsch. Ja. Warte, ich brauche meine Diamond Apps. Okay. Und jetzt. Perfekt. Schau, wie dieses Gefühl an hier runter zieht mich. Du musst dir da auf dem Boden Half Slaps machen. Ja. Die hat er geschrieben. Okay, jetzt mag ich aber die Streben da machen. Mach mal Half Slaps auf dem Boden. Achso. Achso. Ne, du hast Half Slaps schon im Inventar. So. Ja. Da waren sie. Ja, ich sehe sie. Ah, du hast mir schon gezeigt, wie man das gleich hat. Ach, scheiße. Ist ja egal. Gut. Da sind meine Half Slaps. Das spielt nur noch. Okay. Komm ich da noch hin dann? Ja, ja. Achso. 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 Komm auch irgendwann Creeper? In der Nacht. Huhuhu. Ja, jetzt mach was du willst. Gut. Also, jetzt geht's los. Ich hab ja nur sechs Dinger hin. Dann müssen wir hier holen. Nein. Nein. Wie hoch soll's werden? Zwei Vögel? Na ja, schon fünf. Nein. Aber da ist ja schon los. Ja, und tu's weg. Aber du hast gesagt, das geht nicht gut. Nur da vorne, halt bei dem Schalter. Ja. Pfff. Wie lange brauchst du für so ein Haus durchschnittlich? Fünf Minuten. Warte, ist das die richtige Reihe? Nein. Doch, nein. Ah, da hast du ja schon. Das kannst du weg weg tun. Fünf Minuten brauchst du für ein Haus, das ist leicht durchschnittlich. Nein, aber ich bin die Steuerung schon ein bisschen besser gewohnt. Boah. Deswegen. Ich flash diese Hacke. Extrem. Jedes Stückchen Holz ist wertvoll. Stimmt. Ja, der ist ja auch blöd, dieser Baumeister. Wenn du da stehst, kannst du nicht bauen. Ich verstehe da ja nicht. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr rauf. Baue dir ja einfach einen Block hin und du kannst wieder rauf gehen. Ich muss ja nicht mal wieder weg bauen. Das braucht alles. Du kannst doch von oben zwei Blöcke runter bauen. Warte, jetzt zeige ich dir einen echt coolen Move. Nein. Ha. Du hast noch nie geschaut, gell? Nein. Nein. Ha. Aber sowas verbaue ich mich immer. Okay, bin fertig. Jetzt noch eine rein. Nicht schlecht. Jetzt habe ich falsch gebaut. So. Na, stimmt. Du musst dann noch die Akazien hinziehen. Ja, da habe ich jetzt nicht. Du hast vier Stück noch. Boah, ich bin nicht runter gefallen. Hast du gesehen? Ja, du lernst dann. Jetzt bin ich mit. Du kannst ja hoch springen. Du kannst ja hoch springen. Noch eine. Wie hoch noch? Das habe ich keine mehr. Ja. Ja, du kannst es ziehen. Zwei Stück. Oh. Gut, aber wenn ich keine mehr habe, mag ich ihn nicht mehr bauen. Und dann? Ich müsste dann noch wechseln in zehn Minuten, oder? Vielleicht. Oder geh mal... Du hast keine Flöcke mehr. Ich baue schon schnell, gell? Geh mal Akazien holen. Darf ich sie da abbauen? Nein. Das ist meine schöne Farm. Das ist auch so gut. Ja, genau. Big 6. Du willst mir da da und helfen, oder? Das habe ich eigentlich. Ja. Au. Das Bild ist nicht anders, wenn du deinen Kopf bewegst. Oh, wie ist das so. Also, der Shade ist schon cool, aber es ist sehr unrealistisch, dass es da immer so aufblitzt, wenn man irgendwas abbaut. Entschuldigung, niemand anderen. Nein, das ist so langweilig. Scheiße. Ja, was machst du da? Ich habe nichts gemacht. Ist jetzt mein ganzes Haus wieder weg? Ja. Nein, das ist... Nein, ich stehe noch. Wow, okay. Hör auf! Du machst alles kaputt und geh. Warte, du musst in den Chat schreiben. Chi Chi? Warte, ich schreibe Chi Chi. Ja, geht schon. Good, good game. Oh, Mann. Darf ich auch abkürzende schreiben, die sie nicht verstehen? Äh, ja, ja. Was zum Beispiel? Was heißt Ilt? I love trees. Haha. Schau mal, wie schön das Meer ist. Schau mal, wie schön das Meer ist und genieß das Meer. Oh, man schaut da grad nicht so cool an. Was? Ich find's so cool, dass hier alles eckig ist. Der Horizont ist eckig. Du weißt schon, was das ist. Schau mal, aber die schauen da echt alle drauf. Ich würd da nie drauf schauen, was die anderen hat. Das ist der Admin Limbo lang. Müssen sich da alle einschleimen und hallo, hallo. Wenn er, also weil er da ist. Hallo, hallo. Schau, den schaff ich. Nein. Ich hätte ich schaust. Nein. Okay, okay. Aber wenn du einen Block drauf gehst, dann schaust du. Nein. Den musst du jetzt schon noch abbauen. Warum? Ja, so halt, weil sonst schwebt der da, deppert herum. Ja, ist auch geil. Nein. Du hast schon mal einen Schwebenbaum gesehen. Es geht nicht. Okay, warte. Da liegt ein Holz. Er ist auch mit Erde machen können, also nicht so schlimm. Ja, da hätte ich wieder den Block Erde, den Stack Erde holen können. Ja. Ja. Jetzt geht's schon wieder nicht. Ah, hinten läuft die Regen so. Okay. Hab's gefangen. Fußballmatch. Wer spielt denn jetzt? Wieso ist es so grau hier? Weil jetzt die Sonne untergeht. Atombombe. Atombombe. Sonne geht nicht unter. Schau mal, wir haben Licht, obwohl wir überhaupt keine Lichter machen können. Weil da unten Redstone ist. Und Redstone ist... Oh, hast du schon dich verkabelt? Ja. Gut, da ist gut. Gut, da ist gut. Nehm jetzt den anderen Shader. Für die Nacht ist besser. Okay, hab ich mal Licht mit... Options. Ich weiß nicht, warte. Oh, ich schlafe. Brutal Place Shader. Ja. Brutal Place. Done. Done. Back to game. Das sind wie Nahtlichter. Boah, jetzt ist er weg. Das ist einfach nur ein Sonnenuntergang. Warte, ich suche Holz. Da ist es. Da. Weg. Alles weg. Warte, und jetzt baue ich noch das hier ab. Du hast noch einen vergessen bei dem anderen Baum. Komm, den holst du jetzt noch. Wieso darf der jetzt schweben? Vielleicht baue der sich von... Oben? Brauchst du die nicht hochbauen? Doch. Vorher habe ich es ja nicht geschafft. Weil du im Erdloch warst. Ach so. Falsche Spitzhacke. Falsche Haken. Falsche Haken. Pick 6? Mhm. Okay, warte. Ich finde, jetzt habe ich genug Holz abgebaut. Dann nimm die Ersetzlinge mit. Settlings? Settlings. Ja, habe ich gekriegt. Ja, ja. Eiss mal was. Oh Gott. Was haben wir? Baked Potato. Vegetarisch, verstehst du? Du baust gerade ein Haus. Du brauchst irgendwas Nahrhaftes. Gut, was heißt? Da ist noch ein Holz rechts. Oder ein Settling. Nimm den Settling. Soll ich sie wieder setzen, die Settlinge? Nein. Ähm, jetzt mach die Streben da drauf. Okay, ja. Wo ist mein Haus? Okay. Mach 5 oder so. Ich probier's von... Warte, warum geht's nicht? Weil du zu weit oben bist. Okay. Perfekt. Haha. Ich schaffe. Nein, ich kriege helfen. Aber gut. Aber gut. Ja, du bist runtergesprungen. Du kannst richtig unterspringen. Die Kuh hat mir getan. Ich töte sie. Zähle. Zähle. Ich kann selber zählen. Wer sagt, dass du zählen kannst? Ich muss nicht unterspringen. 3, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Ich finde, das reicht für heute. Okay. Bleib gesunder, Mutter. Bis zum nächsten Mal. Tschau.